Herzlich Willkommen zu meiner Fakten-Erklärbär-Runde bezüglich Wasser. Schnappt euch was zu trinken. Hier, da ist geplört, scheißegal. Das wird jetzt ein bisschen länger. Wir machen Wasser. Kurz um euch abzuholen, es gibt Osmose, Trink, Mineral, Tafel, Soda und Heilwasser. Die sind alle gesetzlich definiert, bis auf das Osmosewasser. Das ist nicht gesetzlich definiert, das ist ein wissenschaftlicher Fakt, sagen wir es mal so. Um euch mal kurz abzuholen, ich selber habe eine Osmoseanlage zu Hause. Das liegt aber daran, dass ich für mich, ich sehe mich als Gourmet. Ich trinke grünen Tee, ich trinke Genmaicha, ich trinke ausgewählten Kaffee, wo die Rösterei den Bauern noch kennt, bla bla bla. Und für mich, in meiner Lebenserfahrung, war Wasser mit relativ wenig Mineralstoffen drin immer ein Highlight. Ich mag, wenn es immer gleich schmeckt. Und da es sich ja um Osmosewasser, um destilliertes Wasser heiß, kann ich sogar sagen, es ist dasselbe vom Geschmack, weil wenn nichts drin ist, schmeckt es immer gleich. Ah, das haben wir ja zu Ben bekommen. Um euch nochmal kurz abzuholen, was auch ganz wichtig ist, ist, Leitungswasser wird im allgemeinen Sprachverbrauch für Trinkwasser benutzt. Wundert euch nicht, wenn mir dieses Wort jetzt in der Präsentation nicht mehr über die Lippen kommt oder ich versuche es zu vermeiden. Leitungswasser ist nach Definition alles, was an Wasser in einer Leitung fließt. Beispiel Trinkwasser oder Abwasser. Wenn ihr euch unter Freunden unterhaltet oder ihr in einem Lokal oder im Restaurant seid, fahrt ihr mit Leitungswasser, Kranewasser etc. im allgemeinen Sprachgebrauch super gut voran. Dann noch was. Wir schneiden das nicht. Ich habe da überhaupt keine Lust drauf. Ich habe keinen Cutter. Ich will keinen Cutter. Vielleicht habe ich irgendwann mal einen Cutter. Ist egal. Also, wie bin ich zur Osmoseanlage gekommen? Ist ganz einfach. Ich war in Island. Ich habe im Island geiles Wasser getrunken. Das hat mir sehr geschmeckt. Ich habe weniger Körpergeruch gehabt. Ich habe ein bisschen was von meinen Juckstellen wegbekommen und dachte so, hmm, komisch. Fastfood habe ich die ganze Zeit gefressen, Burger und den Blödsinn. Das Wasser habe ich aber da gesoffen wie Unmengen. Und es hat funktioniert. Dann hatte ich mit dem Barista gesprochen und habe gemeint, so, sag mal hier, geiler Kaffee und sowas. Wie sieht das denn aus? Sag mal, hast du eine Filteranlage? Und er so, nee, brauche ich nicht. Islandisches Wasser hat 4 bis 6 ppm. Das ist Parts per Million. Das ist eine andere Definition von, wie viel Zeug da so im Wasser drin rumschwimmt. Deswegen brauchte er keine Filteranlage. Und dann habe ich natürlich gefragt, wie sieht das denn in Deutschland aus? Hat er gemeint. Kann ich dir nicht genau sagen. Aber wahrscheinlich so zwischen 400 und 700. Ich habe das dann auch nicht mehr recherchiert, weil ich weiß, dass in Deutschland im Wasser Mineralien drin sind. Am einfachsten erkennt ihr das an eurem Wasserkocher. Aber die weißen Rückstände, das ist Kalk. So, bevor wir jetzt aber weitermachen, hole ich euch erstmal ab. Und zwar, wie hoch ist dein Wasserskill? Wenn man destilliertes Wasser trinkt, stirbt man? Ja oder nein? Nein. Hast du ja gesagt? Erster Strike. Kriegen wir weiter. Kalk im Wasser führt zur Verkalkung adias Adria Sklose. Ja oder nein? Du kannst, also wenn du es jetzt nicht verstanden hast, das sind alles Fangfragen, weil überall Ausrufezeitschnitten dran steht. Führt nicht dazu. Wird wieder ausgeschieden. Hat überhaupt keinen Einfluss auf euch. Mineralstoffe nimmt man natürlich, Moment, das muss ich mir kurz hier freimachen, übers Mineralwasser auf. Ist auch Bullshit. Wenn das so wäre, gäbe es für die Sportler nicht extra Elektrolytgesäfte und sowas. Und das ist eigentlich auch nicht die Funktion. Und das Ganze ist aber, um mich kurz da abzuholen, es ist nicht falsch. Ihr könnt gerne Mineralwasser trinken. Das tut euch nicht weh. Aber die Idee des Wasserhaushaltes ist es, eigentlich Nährstoffe hinein und hinaus zu bringen. Und das ist ein bisschen einfacher, wenn der LKW noch leer ist, anstatt wenn er schon ein bisschen gefüllt ist. Aber das ist absolutes Top-Notch-Optional-Blablabla-High-Class-Wissen. Darum geht es hier aber nicht. Wir wollen uns langsam hier mal durchhalten. Deswegen wird auch der nächste Punkt nicht Osmosewasser sein, obwohl meiner Meinung nach unter Gourmets, für Tee, Kaffee, andere Dinge. Ich mache es dir schmackhaft in der Hausanlage zum Beispiel, wenn du sie entmineralisierst oder in der ganzen Osmoseanlage hast du keine Kalkflecken mehr. Du hast doch keine Kalkflecken mehr in deinem Wasserkocher oder in deiner Kaffeemaschine. Du musst nicht mehr entkalken. Wir fangen aber trotzdem mit Trinkwasser an, weil das das Billigste ist, was wir haben. Es ist hier in Deutschland immer verfügbar. Es ist für uns Deutsche ein absolutes hohes Gut. Und das Problem ist, wenn man was hat, was sehr gut ist, dann fängt man an in den Krümmeln zu suchen und man erzählt sich scheiße darüber. Und deswegen machen wir dieses Video. So, und jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter und gucken uns erstmal die Welt an, damit wir wissen, wo wir sind. Das Ganze hier ist leider, ich habe keine deutsche Quelle gefunden, sondern vom CDC. Das ist amerikanisch. Ich habe das Ganze mal ein bisschen nachgefasst. Also Deutschland besteht zu 70% aus Grund- und Quellwasser. Das ist das Wasser, was unten in der Erde ist. Die anderen 30% sind zum Beispiel Oberflächenwasser etc. Da ist zum Beispiel ein Beispiel, ihr habt einen See in der Nähe. Dann wird das mit Oberflächenwasser noch gefüttert. Auch das muss natürlich nochmal gefiltert werden. Dann hatte ich hier noch Island draufgeschrieben. Sehr reines Wasser. Das liegt daran, dass es Gletscherwasser ist. Man hätte jetzt sagen können, ja, nein, das ist ja hier vulkanisch. Das muss sehr... Nein, ist nicht. Das ist Gletscherwasser. Das ist einfach so. Portugal ist Oberflächenwasser. Malta ist geklort, beziehungsweise auch in Salz. Das liegt einfach daran, dass die Wege zu dir nach Hause in Malta halt nicht so gut sind. Und deswegen wird geklort. Ich kann geklortes Wasser nicht trinken. Geht überhaupt nicht. USA ist ja geklort. Ihr kennt das mit dem Wasserhahn, wo ein bisschen Feuer rauskommt und sowas. Auch problematisch. Spanien genau dasselbe geklort. Ich war jetzt noch in Japan. Die sind hier. Da würde ich gerne auch noch hinschreiben, dass sie das Wasser kloren. Also besonders in den großen Städten wird das Wasser geklort. Auf den Dorfseiten nicht. Und ich kann geklortes Wasser nicht trinken. Es riecht einfach nach Schwimmbad. Wenn ihr das Wasser fünf Minuten ungefähr über den Daumen gepeilt kocht, verschwindet das Chlor. Dann seid ihr da auf der richtigen Seite. Entsalzung ist ungefähr gleichzusetzen. Je nachdem wie es gemacht wird mit einer Osmoseanlage. Das liegt daran, dass wenn man... Also es gibt Entsalzungsanlagen. Du kochst Wasser auf. Es steigt auf. Es regnet woanders wieder runter. Alles was im Wasser war, bleibt in dem einen Topf. Und in dem anderen Topf hast du halt reines Wasser. Regenwasser ist auch dementsprechend. Außer du nimmst halt relativ viele Schadstoffe durch die Luft mit. Deswegen riecht es nach dem Regen auch meistens so ein bisschen sauber. Hat was damit zu tun. So. Um euch mal kurz abzuholen. Wir haben kein geklortes Wasser. Seid froh darüber. Es schmeckt einfach widerlich. Ich erwähne es nochmal. Es ist aber trinkbar. Es wird euch nicht umbringen. Vielleicht auf lange Sicht nicht ganz so gut. Aber was anderes. So. Dann geht es weiter. Trinkwasser hat eine Trinkwasserverordnung. Wir sind Deutsche. Wir haben eine DIN-Norm dafür. Das ist die DIN 2000. Ganz wichtiger Satz in der DIN-Norm ist. Trinkwasser ist das wichtigste Lebensmittel. Es kann nicht ersetzt werden. Verinnert euch das. Das ist der erste Satz, der in dieser Verordnung geschrieben ist. Seid euch dessen bewusst. Wir wissen, was wir haben. Dann ist ganz wichtig. Trinkwasser. Muss in der Qualität bei euch zu Hause aus dem Hahn kommen. Nicht irgendwie fünf Stationen vorher an der Straße wird gemessen. Theoretisch muss das. Also was heißt theoretisch. Praktisch gesehen muss das bei euch bis zu Hause halt passen. Wenn ihr jetzt in einer Mietwohnung wohnt. Oder in einem großen Hochhaus und sowas. Dann kann es sein, dass da vielleicht irgendwelche Probleme sind. Das ist aber dann etwas, was euer Vermieter klären muss und ihr zum Beispiel die Miete kürzen könnt. Das ist aber wieder ein anderes Thema. Dann habe ich viel bei den Isotorikern sowas gelesen, wie Wasser muss bewegt werden und bla 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 und oh, das Trinkwasser in den Leitungen. Das steht ja still. Da sammeln sich die Keime und was weiß ich alles. Bullshit. Was glaubt ihr denn, was denn passiert, wenn ich hier bei mir zu Hause die Toilettenspülung betätige? Genau, das Wasser von draußen wird nachgedrückt, fließt durch meine Leitungen, fließt in die Toilette. Dasselbe mit dem Wasserhahn. Das einzige, was ich euch sagen kann, was zum Beispiel Sinn machen würde, ist, wenn ihr jetzt in einem Haus wohnt und ihr alle schlaft abends, dann bleibt das Wasser natürlich im Haus stehen. Draußen die Leitung. Es wird immer einen Abnehmer geben. Es wird immer jemanden geben, der nachts aufsteht und aufs Klo muss oder was trinken will. Oder die Heizung, die Wasser zieht. Es wird immer einen Abnehmer geben. Sollte das nicht sein, sind wir so dekadent, dass wir Wasser sparen, dass unsere Wasserwerke die Leitungen mit Wasser spülen, weil wir Wasser sparen. Muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ich würde dazu gerne eine Quelle rauslegen, aber ich habe das mal in einer Doku gesehen. Wir spülen unsere Leitungen, um eben zu verhindern, dass sich da was anlagert. Das heißt, Wasser ist bei uns immer in Bewegung. Da kann nichts wachsen. Da soll auch nichts wachsen. Und das ist ein Unding, dass da was wächst. Wenn da was sein sollte, ist euer Wasserwerk oder euer Vermieter in der Bringschuld, das zu lösen. Ja, zum Beispiel Legionellen. Könnt ihr euch mal darüber informieren. Anderer wichtiger Punkt ist, Wasser schmeckt überall anders. Wenn ihr euch eine Mietwohnung sucht oder eine neue Stadt sucht oder sowas, probiert das Wasser am besten in warm und in kalt, damit ihr wisst, wie es schmeckt. Weil es wird nicht so wie zu Hause schmecken, weil es kommt aus einer anderen Quelle. Ich habe hier zum Beispiel den Luisenstollen. Supergutes Wasser. Ja, ich habe eine Osmoseanlage, aber ich habe auch gerade eben schon gesagt, ich bin persönlich für mich ein kleiner Gourmet und ein Klugscheißer. Deswegen habe ich mir eine Osmoseanlage gegönnt. Ihr braucht das nicht. Aber es ist wichtig, dass euch das Wasser schmeckt. Wenn es euch nicht schmeckt, ihr könnt das danach nicht mehr ändern. Außer ihr baut euch eine Osmoseanlage ein, dann schmeckt es immer gleich. Aber dann solltet ihr euch auch klar darüber sein, dass das halt auch anders schmeckt. Dann auch noch ganz wichtig, Trinkwasser ist ab jetzt der Grundbaustein für alles. Alles, was jetzt kommt, brauche ich Trinkwasser. Theoretisch kann ich bei der Osmoseanlage auch Dreckwasser einfügen. Das ist nochmal was für die dritte Welt. Die kann sich damit wunderbares Wasser machen, ohne dass ich irgendwelche Wasserwerke brauche oder sowas. Die Anlage macht das von alleine. Und dann ganz, 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 ganz wichtiger Punkt. Wenn ihr nicht so viel Geld habt, lasst euch das auf der Zunge zergehen. 1000 Liter Trinkwasser kosten ungefähr 2 Euro oder haben sie mal. Wahrscheinlich kommen noch 10 Euro im Jahr Gebühr dazu für den Service und das Ganze. Das sind 0,002 Euro pro Liter. Geh mal mit weniger als einem Cent in den Supermarkt und probier mal Wasser zu kaufen. Keine Chance. Keine Chance. Aber da kommen wir später zu. So, das sind jetzt meine Punkte zu dem, zu Trinkwasser. Ihr seht schon, das ist alles gesetzlich geregelt. Wir können uns jetzt darüber streiten, ob das positiv oder negativ ist und bla bla bla. Aber ganz ehrlich, wenn euch nach eurem Wasserkonsum irgendwas Schlimmes passiert, wisst ihr, wen ihr ankacken könnt. Und ganz ehrlich, die wollen nicht angekackt werden. Die liefern einen guten Job ab. Deswegen sollte man Wasserwerke auch auf gar keinen Fall privatisieren. Hallo Berlin. Ja, aber ja, meine Meinung. So, kommen wir zu Osmosewasser, destilliertes Wasser. Direkt weiter. Also, im Idealfall ist es reines H2O. Das bekommt ihr aber zu Hause nicht mit eurer Privatanlage. Das ist ein Thema für Industrie, Chemie, bla bla bla. Bei uns ist immer noch ein bisschen was drin, aber das ist auch gar nicht die Idee dahinter. Wir wollen gar kein absolut reines Wasser. Wir sind nicht Krösus. Wir haben gar nicht so viel Geld. Ihr habt Anschaffungskosten ungefähr, so ich meine Anlage jetzt 400 Euro. Alle sechs Monate kosten mich nochmal 30 Euro und alle zwei Jahre muss ich den Osmosefilter wechseln. Das sind dann nochmal so 100 Euro. Das sind die Kosten, die ich habe für das Wasser. Plus eben die 2 Euro für 1000 Liter. Mir schmeckt es persönlich einfach besser. Für mich, meine Selbsterfahrung, finde ich, dass es gesünder ist. Mein Körper reagiert da sehr gut drauf. Ich merke auch, wenn ich schlechtes Wasser trinke und auch schlechtes Essen esse, dass mein Körper da ganz bestimmte Züge annimmt. Und für mich ist das persönlich der Endgegner. Es gibt noch einen ganz kleinen Endgegner dazwischen oder danach. Das ist Wasseressen. Das ist eine ganz hohe Kunst. Gurken zum Beispiel. Ich hatte ja vorhin gesagt, hier, Osmosewasser tötet. Das war die erste Antwort meiner Mutter, als ich erzählte, dass ich eine Osmoseanlage habe. Sie hat gesagt, ja, okay. Ungefähr drei Minuten später habe ich einen Artikel zurückbekommen. Was passiert, wenn ich nur Osmosewasser trinke? Und es war so, ja, du blutest aus allen Löchern und du stirbst. Ist nicht so. Weil die Isländer trinken ja nichts anderes. Und Inuits schmelzend Schnee ist genau dasselbe. Dazu kommen halt noch alle Menschen, die in zum Beispiel Gletscherwasser trinken oder in Bergen leben. Ähm, dieses Quellwasser ist auch sehr rein. Ähm, also, ne, fast Osmose oder halt fast destilliertes Wasser, wenig Mineralstoffe drin. Und in meinen Augen, es ist eine Veredelung deines Trinkwassers. Ich habe ja schon gesagt, mit dem Gourmet und das Ganze, ja. Das hier ist kein Muss, aber eine Pflicht, wenn du ein Liebhaber für bestimmte Dinge bist. Du brauchst es nicht. Du brauchst es nicht. So, und ab jetzt, ab jetzt könnt ihr eigentlich abschalten. Jetzt kommt nur noch düstere Wahrheit und Gebäschung. Jetzt machen wir die anderen platt, worauf wir richtig Bock haben. Und zwar Mineralwasser. Die geilste Lüge, die man euch je erzählt hat. Und ganz ehrlich, ich doktor immer noch an meinen Eltern rum, um ihnen zu erzählen, dass Mineralwasser scheiße ist. Sie trinken es immer noch, sie kaufen es immer noch. Mittlerweile sind sie auf Glasflaschen umgestiegen, da bin ich sehr stolz drauf, ja. Das wird sich aber auch irgendwann ändern, weil die sind nicht mehr die Jüngsten und man muss das Wasser auch tragen. Aber vielleicht haben wir irgendwann mal eine Chance, dass sie umsteigen auf Leitungswasser. Ach, boah, jetzt geht es schon wieder los. Auf Trinkwasser. Nicht, dass sie das nicht auch trinken. Manchmal trinken sie es, ja. Wenn ich bei ihnen bin, zwinge ich sie dazu, mein Osmosewasser zu trinken oder den Kaffee daraus zu machen. Passt. So, kommen wir zum nächsten Punkt. Ich habe ein bisschen mehr Text, ja. Also, Mineral- und Tafelwasserverordnung. Hier haben wir auch ein Gesetz, ja. Ist alles geregelt, ja. Gar keine Angst, keine Angst, ist geregelt, ja. Also, Mineralwasser besteht immer aus Trinkwasser mit einer Besonderheit. Und zwar muss das eine Quelle sein, beziehungsweise eine Quelle, jetzt hier nicht Wasserquelle, sondern eine Quelle, wo es herkommt, ja. Die in ihren Werten nicht schwankt. Das heißt, wenn du jetzt das Ganze misst und in 10 Jahren das Ganze misst, sollte das immer gleich sein. Theoretisch. Da das ja irgendwie da auch reinfließen muss und wieder rausfließen muss, sonst würde ja, ne, wenn du einen Luftballon aufbläst, die ganze Zeit platzt er, ja. Aber, ähm, ist da natürlich auch ein Zufluss. Das heißt, wenn du von oben irgendwie scheiße einflöst, äh, flötest, ähm, flüsterst, trötest, ihr wisst, was ich meine, dann wird das irgendwann unten auch schlecht. Das ist natürlich ganz, ganz mies, wenn das nicht gecheckt wird. Aber, hier auch, das wird geprüft. So, ähm, natürliches Mineralwasser, Quellwasser, Tafelwasser, genau, das sind diese drei Dinge. Ähm, möchte ich gar nicht näher drauf eingehen. Das sind einfach Bezeichnungen, ähm, ganz wichtig ist, bei diesen Sachen, die sind nur geprüft bis zur Abfüllung. Und da sind sie sehr streng geprüft. Was danach in der Flasche passiert, auf dem Weg zu euch, das interessiert keinen. Ob die im Supermarkt in der Sonne stehen, für einen Monat oder eine Woche, interessiert keinen. Das ist nicht in der Verordnung, das ist eure eigene Schuld. Wenn das Wasser komisch schmeckt, dann liegt es halt daran, dass es schlecht gelagert worden ist. Ähm, dann für mich, ganz wichtig, es ist mit absolut das Teuerste und ich finde, es ist Wucher. Wieso ist es Wucher? 1000 Liter, 2 Euro, ne? 2 Euro im Supermarkt sind wie viel Wasser? Eine Flasche? 2, 3, 4 Liter? Sind wir mal gnädig? Vielleicht 5? Sind wir mal super gnädig? 10. 1000 zu 10, ne? Mhm. So. Oh geil, hier steht auch Leitungswasser drin. Ich könnte mich schon wieder schämen, Alter. Es gibt's ja nicht. Ich hab's niedergeschrieben und im Vollsuff Leitungswasser... Ach, Mann, ey. Ja, ihr wisst, was ich meine, Trinkwasser, mir passiert auch mal ein Fehler, ja? Also, ähm, Trinkwasser ist, ähm, ne? Hier, standortabhängig von euch zu Hause. Das Mineralwasser aus dem Schwarzwald, das in Hamburg gesoffen wird, muss ja irgendwie da hinkommen. Lkw, bla bla bla. Der liebe Böhemann hat mal gesagt, wir werten das mal aus, ja? Das ist ungefähr so viel CO2 wie der jährliche deutsche Flugverkehr. Deutscher. Geil, da fehlt ein T. Hab ich auch gesehen. Ändere ich aber auch nicht mehr. Hey, das ist authentisch, ja? Ähm, das heißt, wenn ihr Mineralwasser trinkt, das von A nach B durch Deutschland geschippert wird, ja? Seid ihr ein Klimakiller? Wenn ihr mir was erzählt von Fidschi-Wasser und was weiß ich, ja? Ist ein Klimakiller. Das muss irgendwie zu euch kommen. Und ihr könnt mir nicht erzählen, oh, das schmeckt so lecker, das finde ich so geil, weil ihr keine Ahnung habt. Sorry. Wie ich hab gesagt, vorhin, jetzt kommt nur noch Gebäsche und wir bashen hier richtig runter, ja? Also, für mich ist das der Tatbestand des Wuchers. Wieso, ja? Es ist doppelt so teuer wie marktüblich, ja? Nicht nur doppelt, ja? Das tausendfache teurer. Erfüllt. So. Ist Wasser eine Notlage? Immer. Wir haben den Leitsatz gesehen, ja? Das ist das wichtigste Lebensmittel, was wir haben. Check. Wucher. Passt. Damit. Stopp den Wahnsinn. Kauf kein Mineralwasser. Niemals. Wenn du Durst hast, dann ist es dir natürlich genehm, ein Mineralwasser zu kaufen, sofern deine Stadt kein Trinkwasser brunnen hat. Oder du nicht im Restaurant halt eben Trinkwasser bekommst, was ich auch ein Unding finde, ja? So, ja, aber es ist nicht wie viel Kohlensäure haben. Ja, Soda Max, Soda Stream. Ihr kennt es aus eurem Büro vielleicht. Da steht auch so ein Automat, wo Sprudelwasser rauskommt. Und ihr könnt das Wasser selber sprudeln. Ich komme da aber später nochmal darauf zurück, was eigentlich Sprudelwasser ist und wo die Geschichte herkommt. Denn in meinem Ort gibt es sogenannte Säuerlinge. Aber da komme ich später drauf, was ein Säuerling ist. So, Tafelwasser. Tafelwasser. Reiser Shit. Das Custom. Stellt euch vor, ihr habt Wasser, ihr entfernt alle Mineralien daraus, ihr macht Osmosewasser raus und dann fangt ihr an. Eine Brise Salz, eine Brise Eisen, eine Brise Arsen, vielleicht nicht Arsen, aber ihr wisst schon, ja? Und generiert euch euren eigenen Geschmack. Das ist ein Tafelwasser. Das wird zusammengesetzt. Das ist nichts Gutes. Das kann vielleicht was Gutes sein, ja? Aber wahrscheinlich ist es total überteuert und kostet mehr als Trinkwasser. Deswegen Finger weg. Ist scheiße. Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat. Ganz ehrlich, ich habe es hier hingeschrieben. Ich weiß es nicht. Ich habe es nicht gefunden. Es steht in der Verordnung drin. Da war irgendein schlauer Typ dabei und hat gesagt, ma, das ist Mineralwasser, das schmeckt mir nicht. Ich hätte da jetzt gerne noch so eine Eisennote drin, das jetzt so ein bisschen geiler wird. Das verkaufe ich dann als das Dispidiererwasser. Also hier mit Eisenextrakten und Goldplättchen drin. Nice. Weiter geht's. Sodawasser. Das ist was Spezielles. Sodawasser, das ist, ja, das ist was Altes. Das kommt aus der Quelle unten raus und da ist mindestens 70 Milligramm Natron drin. Deswegen kommt dieser seifige Geschmack dabei raus. Das kann natürlich sein oder hinzugefügt, ja. Ich weiß nicht, wie viele natürliche Quellen es noch gibt. Das kommt unter anderem, ich musste das recherchieren, weil ich habe sowas noch nie getrunken. Einen Vodka, Vodka, Voda, Voda-Soda. Ich habe es kopiert, wahrscheinlich heißt es so. Oder ein Whisky-Soda. Ich weiß nicht, also, ne, ja. Also ich stehe schon auf Koriander, aber seifiges Wasser, da bin ich raus. Und ganz wichtig, das muss eine bestimmte Menge an Kohlensäure enthalten, wenn es aus dem Boden herauskommt. Sonst darfst du es nicht Sodawasser nennen. Du kannst es danach auch nochmal anreichern. Entschuldigung, Pause. 20 Minuten hier durchlabern, das macht auch irgendwann mal ein bisschen platt. Ist im Grunde genommen auch Schrott. Hat aber irgendwo seine Daseinsberechtigung anscheinend in der Cocktail-Ecke. Ich habe es noch nie gesehen. Kann aber auch sein, der Zugang zu sehr guten Cocktail-Läden ist mir begrenzt. Meistens sind sie Schrott. Aber ich lasse mich gerne mal in den Besseren belehren. Wenn ihr mal einen guten Cocktail-Laden im Raum Frankfurt kennt, schießt ihn mir zu. Preis spielt keine Rolle. Ich erwarte aber, das ist nicht korrekt. Ich kenne einen guten Laden, der hat zugemacht. Aber das ist egal. Die Ockenheimer Bar in Sachsenhausen. Gibt es aber nicht mehr, da ist jetzt ein Sushi-Laden drin. Wenn ihr mal noch einen guten Laden kennt, der sowas hat, schießt ihn mir zu. Ich habe da Bock drauf, würde es gerne mal ausprobieren. Ich würde mich auch gerne darüber halten, wo sein Soda-Wasser herkommt oder ihr Soda-Wasser. Sehen wir dann. So, kommen wir zum nächsten. Heilwasser und Heilquellen. Oh, ho, ho, ho. Leute, jetzt wird es gut. Heilwasser und Heilquellen. Ihr wisst ja, Deutschland ist ja seit anno dazu mal mit der Homöopathie verwandt. Und dazu zählt auch Heilwasser und Heilquellen. Das habe ich natürlich auch mal aufgeschrieben. Da habe ich auch ein paar gute Schmankerle dazu. Also. Fakten. Und Fakten gefühlt. Fakten sind, es ist das älteste Naturheilmittel. Das wird vermutlich auch stimmen. Wir haben hier in meinem Ort Quellen mit Arsen, Blei und anderen Sachen drin. Wo halt direkt Fett draufgeschrieben steht. Trinken Sie bitte nicht mehr als zwei Liter pro Woche. Das ist sonst giftig. Das Heilwasser und die Heilquellen. Das sind in bestimmten Gesetzen halt geregelt. Hier AMG, COG, LEWG. Könnt ihr selber nachgucken. Das sind so Arzneimittelgesetze und sowas. Das ist alles relativ schwammig gehalten. Blablabla. Anwendung äußerlich oder innerlich. Ihr kennt das alle. Ein gutes Sohlebad, wo man drin schwimmt. Das wäre wahrscheinlich, wenn das aus der Natur herauskommt, eine Heilquelle. Und das tut auch gut. Ja, also ich würde das jetzt nicht schlecht reden. Ob das innerlich so gut ist, Wasser mit Arsen zu saufen. Also es steht dabei, hilft bei folgenden Beschwerden. Ich weiß nicht, wie sehr der Placebo-Effekt da mit reinhält. Blablabla. Ich habe euch auf der anderen Seite geschrieben, dass es vielleicht nicht das Gelbe vom Ei ist. Das liegt daran, dass wir so tendieren, alte Sachen nicht mehr zu hinterfragen. Wir stecken da so ein bisschen fest. Das war früher mal gut. Das hat irgendeiner fest eingegossen. Das muss so stimmen. Passt. Das mit den Gesetzen. 100% Deutsch. Wir sind ein Gesetzeland. Liegt auch daran, dass in der Politik irgendwie 75% der Politiker Rechtsanwälte sind. Also ein Gesetzeland. Bezüglich der Anwendung. Habt ihr schon mal ein Bier gebadet? Kann man machen. In Tschechien, in Deutschland. Man kann es auch trinken. Ist ganz lustig. Alternative hier. Die nette Frau vom Nil hat in Milch und Honig gebadet. Kann man auch mal machen. Passt. Wie gesagt, hoher Konsum ist schädlich. Die Dosis macht das Gift. Ihr könnt das in einem gut sortierten Supermarkt kaufen oder in der Apotheke. Es ist schweineteuer. Es ist im Grunde genommen nichts anderes als ein Mineralwasser. Nur, dass hier das Gesetz irgendwie so einen Bogen macht und sagt, naja, so ein bisschen Arsen ist schon ganz, ganz gut. So, habe ich da noch was? Ah, abschließendes Schlusswort. Jetzt kommen wir zum Esoterik. Mein Lieblingsgeschäft. Denn, bei den ganzen Videos, die ich auf YouTube gefunden habe, wenn es um Wasser ging, haben sie gut angefangen und dann wurde irgendwas verkauft. Es wurde euch irgendwas angedreht oder es wurde angefangen zu schwurbeln. Ich möchte euch das nicht schlechtreden, aber hinterfragt das doch nochmal, ja, was ihr gerade eben gelernt habt. Also, energetisieren, beleben, ja, tut man. Ich habe das extra mal ein bisschen recherchiert, weil ich wissen wollte, was es alles gibt mit Edelsteinen. Edelsteine sind wir, wir haben Breaking Bad geguckt, Mineralien. Mineralien lösen sich zu einer bestimmten Menge im Wasser über eine längere Zeit. Bei Edelsteinen tun sie das auch. Würden sie das sehr gut tun, hätten wir keine Edelsteine, weil sie sich einfach alle aufgelöst haben. Der sogenannte Wasserwirbler. Ihr müsst das Wasser nicht bewegen, weil es schon bewegt aus eurer Leitung kommt. Weiß ich nicht, was das soll. Magnete. Ja, keine Ahnung. Ihr habt alle in der Schule aufgepasst. Wahrscheinlich stellen sich die Atome ein bisschen um, weil Wasser hat ja eine gewisse Ladung. Ich sehe das aber nicht. Ihr könnt das Wasser mit Licht bestrahlen. Das kann ich auch zu Hause mit meinem Licht machen. Aktuell zum Beispiel hier mein Glas, ne, wird jetzt hier mit Licht bestrahlt von meiner geilen Deckenlampe. Das ist jetzt, das ist jetzt der Shit, ja. Also unabhängig davon, dass es ein Osmosetee ist, den ich hier trinke, nämlich einen schönen Genmeicher, den ich kalt angesetzt habe. Also, was heißt kalt? Ich habe ihn heiß eingegossen und dann in den Kühlschrank gestellt, so wie die Japaner das machen. Die werfen nämlich einfach in ihr heißes Getränk Tee, äh, Eiswürfel rein Tee. Die werfen in ihr heißes Getränk Tee rein. Ey, ich sehe schon, wir haben 28 Minuten. Ich bin froh, wenn das hier gleich rum ist. Ähm, geht nicht. So, hexagonales Wasser, aka quantenphysikalische Verbesserung des Osmosewassers. Wir kriegen es noch nicht mal hin, einen funktionierenden, also etwas, das heißt funktionierend, einen funktionierenden Quantencomputer zu bauen, der uns unsere Probleme in der Gesellschaft löst. Und dann kommt ein dahergelaufener Mensch und erzählt euch etwas von hexagonales Wasser, wo mit quantenphysikalischen Regeln irgendwas verändert worden sein sollte. Wenn ihr das glaubt und immer noch hier in meinem Video seid und das nicht hinterfragt, seid ihr wie meine Eltern. Ich probiere seit Jahren, sie vom Mineralwasser wegzubekommen. Und ich schaffe es nicht. Ich erzähle immer wieder neue Dinge, ich bringe Wasser mit, ich schaffe es aber nicht. Und diese Menschen sind genauso. Die stecken irgendwo fest. Und ich weiß nicht, ob man denen gedanklich irgendwo hintreten muss, damit es funktioniert. Oder was man machen muss. Aber für mich ganz wichtig ist, ich mache dieses Video. Mein Seelenheil ist vorbei. Ich habe euch präsentiert, was mein Wissen ist, wieso ich mich entschieden habe, wie es sein soll. Ihr könnt das aufnehmen oder sagen, ich bin ein Depp. Das ist mir egal. Ich freue mich über jeden, der sagt, ja, ich trinke zu Hause Trinkwasser und ich freue mich auch darüber, im Restaurant mir ein Trinkwasser zu bestellen. Da komme ich aber gleich zu. So, Wasser mit Gedächtnisstruktur. Das war ein Japaner oder sowas. Der hat Wasser angeschrien, hat es eingefroren. Das hat sich irgendwie komisch verändert. Er hat Wasser gut zugeredet. Es ist anders schön eingefroren. Für meine Meinung nach ist es Schwachsinn. Ich will da noch mit einem Chemiker drüber sprechen, woran es liegen könnte, wie das Wasser da beeinflusst ist. Dass es in bestimmten Formen einfriert. Es gibt ja diese Aussage, eine Schneeflocke. Es gibt keine identische, also nicht dieselbe Schneeflocke. Die sind alle unterschiedlich. Und ich glaube, da geht es in dieselbe Richtung. So, und was ich auch noch gefunden habe, ist Wasser, das mit Wasserstoff angereichert wurde. Ihr habt ja vorhin schon gesehen, Wasser besteht aus H2O. Also, zwei Wasserstoffatome, ein Sauerstoffatom. Was man hier anscheinend gemacht hat, ist, man hat in das Wasser irgendwie Wasserstoff eingeleitet. Keine Ahnung, als Gas, ja. Das hat sich irgendwie dann da versetzt. Das könnt ihr dann trinken. Ich vermute, dass ich das irgendwie in irgendeiner Form... Hier, sagst du schon, ich bin kein Chemiker. Ich habe zwar in der Schule aufgepasst, aber nicht gut. Und an das Sauerstoffatom andockt, weil das müsste ja positiv geladen sein. Ich weiß es aber nicht, wie das für Wasserstoff aussieht, wenn es alleine ist. Ob das negativ geladen ist. Bla, bla, bla. Habe ich auch für Bullshit erklärt. Deswegen habe ich hier mal ganz schnell den großen Dings gemacht. Geldverschwendung. Es ist Geldverschwendung. Und das Schlimme ist, die Scheiße kostet richtig, richtig viel Geld. Das wäre jetzt eigentlich der Punkt, wo ich mein Paypal-Spenden-Dings reinhauen müsste. Weil, ähm, wenn ich euch davon wegbringe, dafür Geld zu verschwenden und das mein Video war, hätte ich gern ein Abo und einen schönen Kommentar, dass ihr das gut fandet. So, ähm, irgendwas wollte ich noch sagen. Ich habe es vergessen. Ich habe es gerade eben noch gesagt und habe es wieder vergessen. Irgend so eine Anekdote war das. Äh, 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 ich gucke mir das Video gleich nochmal an und dann schneide ich das am Ende rein. Aber ich mache dann so ein Schnittding rein, damit ihr seht, dass das der Schnitt war. Gut, ähm, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich gebe euch nochmal schnell das Feedback. Trinkwasser. Optional als Feature. Osmose oder destilliertes Wasser. Sofern ihr ein Fable für Kaffee, Tee, etc. entwickelt. Ja, wo ihr ein, ein, ein Wasser braucht, das keinen Eigengeschmack mitbringt. Denn Mineralien verändern grundsätzlich den Tee oder den Kaffee. Ja, danach kommt erstmal lange Zeit nix, ja. Also wirklich nix, ja. Weil, ähm, ich finde, äh, 2 Euro und dann im Supermarkt irgendwie 2 Liter Wasser kaufen, steht halt in keinem Verhältnis zu, ähm, Trinkwasser. Ja. So. Meine Ansage. Ich klatsche dieses Video unter alle Schwurbler. Eiskalt. Weil ich der Meinung bin, ich habe das gut recherchiert. Ich habe auch Fehler reingebaut, ne. Ihr habt das ja gesehen. Dolche ohne Tee. Und da war, stand doch mal Leitungswasser drin. Boah. Ekliges Wort. Ähm, ach ja, jetzt habe ich es. Solltet ihr im Restaurant sein, welches Restaurant auch immer, und ihr möchtet... Nein, anders. Und es wird euch keine Karaffe Trinkwasser hingestellt. Fragt danach. Das höchste der Gefühle ist eine Servicegebühr. Warum eine Servicegebühr? Ganz einfach. Irgendjemand muss die Karaffe waschen, befüllen und die arme Servicekraft muss sie an euren Tisch bringen, inklusive Gläsern. Deswegen kann man eine Servicegebühr erheben. In Euro 50 zum Beispiel. Aber dann ist die weitere Befüllung auch kostenlos. Sagt euch das Restaurant, dass sie nur Mineralwasser verkaufen. Es ist ein Scheißladen. Das Problem ist aber, wir gehen meistens mit Hunger in ein Restaurant. Das heißt, wir haben Hunger. Und damit haben wir schon das Problem. Dann beißen wir in den sauren Apfel und bestellen uns halt eben eine Mineralwasserflasche. Es kann auch sein, dass ihr unbedingt ein Sprudelwasser trinken wollt. Wenn ihr zu mir kommt, ich als Mietkoch, ja, bringe ich euch natürlich mein Osmosewasser mit. Und ich bringe euch auch einen Sprudler mit, damit ihr natürlich das komplette Erlebnis habt, ja. Ich lasse euch ja nicht hier irgendwie verarschetechnisch da an so einem komischen Mineralwasser schnubbeln. Also, unglaublich. Gut, das war's. Nehmt das mit. Seid freundlich zu Menschen, die das nicht verstehen. Wie zum Beispiel die, die wir momentan hier ein bisschen fertig machen in YouTube, weil die einfach keine Ahnung haben. Seid freundlich. Aber bestimmt und sagt ihnen, das ist Bullshit. Weil die dürfen das auch frei propagieren. Also darf ich das auch frei propagieren. Und ich habe euch die Quellen schon direkt reingelegt. Es sind nämlich Gesetzesverordnungen, die da stehen. Die Normen, ja. Bla bla bla, wo das genau drin steht. Da ist kein Spielraum. Da kann ich kein Bauchgefühl machen. Geht nicht. Das hier mit der Geldverschwendung ist zum Beispiel in Österreich und der Schweiz unter anderem gesetzlich verboten. Das heißt nicht, dass die Schweiz oder Österreich ein besseres Land ist. Aber man kann sich ja von vielen Ländern viel abschneiden. So sehr ich Japan möge und das Essen genossen habe. Das geklorte Wasser habe ich gehasst. Das Kaufen von Mineralwasser in einer Plastikflasche habe ich gehasst. Das geht nicht. Was ich mitgenommen habe, ist, dass ich mir morgens meine zwei Liter Tee mache, die in den Kühlschrank stelle und sie gemütlich über den Tag konsumiere. Hier, ne, Flasche. Ihr könnt für euch in eurem eigenen Umfeld das Ganze verbessern. Ihr könnt andere erhellen, das auch zu tun. Aber wie gesagt, ich habe es bei meinen Eltern bis heute nicht geschafft. Ich arbeite daran. Und wenn ich es bei meinen Eltern nicht schaffe, bei meinem... Ne, es ist nicht mein Eigenfleisch und Blut. Ihr wisst schon, meinen Eltern, ja. Wie soll ich es denn dann auch bei Wildfremden verlangen, dass sie direkt den im Kopf haben und sagen, Ah, der Dispidierer, der Sascha, der hat da recht. Der hat ja mal was richtig Schlaues gesagt. Ja. Aber eigentlich hasse ich die Bundesregierung und deswegen finde ich die Gesetze scheiße und deswegen finde ich seine Meinung kacke. Aber dann halt von einem deutschen Unternehmen Mineralwasser kaufen. Verarschen kann ich mich alleine, Leute. So, also. Nehmen Sie noch mal einen großen Schluck. Immer schön aus dem Bierglas. Genießen Sie das Wasser in Deutschland, solange Sie es noch haben. Weil wir uns das selber kaputt machen. Das heißt nicht, dass es schlechter wird. Es wird teurer. Weil wir mehr Filteranlagen bauen müssen. Weil wir mehr reinigen müssen. Und das macht es teurer. Seid froh darüber, dass es aktuell 1000 Liter 2 Euro kosten oder 3. Freut euch darüber, dass wir in einem Land leben, wo wir aus dem Hahn Wasser trinken können. Ohne Bedenken. Lasst euch nicht von Leuten einreden, dass da irgendwas drin ist. Wenn da was drin wäre, das kann mal passieren. Ja. Dann ist das die Ausnahme. Und seid euch gewiss, wenn ihr davon Durchfall bekommt, könnt ihr euren Vermieter höchstwahrscheinlich ankacken. Und es wird sich auch irgendwie lösen. Wenn ihr das Geld habt und ihr Interesse. Sucht euch jemanden, der eine Osmoseanlage hat. Es sind meistens gute Teeläden oder ein guter Kaffeeladen. Fragt einfach mal nach. Jemand, der von sich behauptet, er ist ein guter Teeladen oder ein guter Barista, hat eine Filteranlage. Hat er das nicht, ist entweder das Wasser von Natur aus schon sehr rein. Oder er hat einfach keine Ahnung. Lasst euch bitte, bitte, bitte nicht verarschen. Und nehmt euch euer Recht, den Mund, das Mund, Sascha, das Mund, den Mund aufzumachen und freundlich darum zu bitten. Jeder kann Nein sagen. Aber wenn man freundlich fragt, kann ich bitte ein Glas Trinkwasser haben oder kann ich ein Glas Leitungswasser haben und ihr habt schon einen frischen O-Saft bestellt, einen frisch gepressten, und einen Tee und eine Cola, dann sollte euch kein Restaurant in der Welt das Trinkwasser verwehren. Es gehört aber zur guten französischen Küche und auch zur isländischen und auch zur japanischen Küche, dass euch ohne Murren ohne dass ihr bestellt habt, ein Getränk gereicht wird, das kostenlos ist. Es gehört einfach dazu. Deswegen ist Deutschland manchmal eine kleine Servicewüste. Und deswegen bekommt ihr manchmal auch kein Trinkgeld mehr von mir. weil ich nicht möchte, dass ich danach fragen muss. Ihr solltet als Servicekraft das selber schon wissen, wenn euer Chef Nein sagt. Ja, okay, das artet jetzt aus. Wahrscheinlich braucht ihr den Job, wenn ihr eurem Chef dann sagt, dass ihr das so nicht machen wollt, ist euer Chef böse und er kündigt euch. Vergesst den letzten Satz. Ich gebe eigentlich immer sehr gerne Trinkgeld. Ich hatte mir mal in den Kopf gesetzt, dass wenn ich in einem Restaurant kein Trinkwasser bekomme, ich kein Trinkgeld mehr gebe. Ich muss aber gerade eruieren, dass ich das eigentlich noch nicht gemacht habe und dass der Gedanke nicht so sauber ist oder so schön ist, wie ich mir gerade hier... Habe ich nicht gesagt, nehme ich zurück. Natürlich gebe ich Trinkgeld für einen guten Service. Tut mir leid. Das hätte falsch rüberkommen können. Gut, dass wir das nochmal geändert haben und dass wir das jetzt nochmal ganz schnell verinnerlichen, dass wir das nie, nie, nie wieder so machen. Also, bleibt bei mir. Vielen, vielen lieben Dank. Ein Abo rein. Ich würde gerne noch ein bisschen wachsen. Ich habe auch noch ein paar andere Themen, die ich in meinem Leben so auf ein nächstes Level gebracht habe. Die würde ich gerne auch mit euch teilen. Und, ähm, ja. 40 Minuten. Ich glaube, das kriege ich gar nicht hochgeladen. Hier, macht's gut. Tschüss.